hau ab man ihn alter ja ja ich geh ja schon hau ab ja ich geh doch schon ja ja dann ist ja gut schüsse 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 leute nein stalker war es hat er auf dich geschossen hat er auf dich geschossen er hat geschossen auf jeden fall es ist so gemein man weiß nachher nicht mehr wenn das gegner ist die läuft irgendwie noch neun million minuten die map habe ich gerade gesehen oben das sind noch ungefähr eine milliarde spiele bisschen drunter die macht man eigentlich aus wasser lava mit 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 e diese diese hand anklicken wenn du traiter bist traiter 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 inno 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 traiter ah fuck ich hab dich nicht gesehen dass du neben mir langlaufen bist okay ich muss mir meine push to talktaste umgehen ich hab dich hier auf f1 lol alter das heißt er hat ihn hier getötet ich hab ihn gesehen ich habe gewöhnt der andere snark wird aber nur das ist voller sie der bewegt sich von da oben nicht weg das ist ja wirklich meine letzte runde jetzt hier ich bin die runde nur 50 sekunden und ich bin detektor älter ich bin älter weiter 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 und nur eine muss bei mir alter du bist es doch um um wenn ich nichts mehr sage was nun wenn ich nichts mehr sage was genug Alter, ich trau dir nicht, Ello. Denkst du, ich trau dir, Alter? Ja? Alter, Ello, du gammelst eigentlich nur als Traitor hier hinten rum. Wieso? Wieso würde ich hier direkt in die Hülle des Löwens kommen als Traitor? Weil du das bis jetzt immer so gemacht hast? Wenn du schon so anfängst, dann... Woah, 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 ich sterb, ich sterb, ich sterb, ich sterb, ich sterb, ich sterb, ich sterb. Nee, ist mir zu heiß, alter Krasser Typ, alter Krasser Typ, ja, das dachte ich mir auch gerade Der ist uns alle weggefistet, one shot Ja What the fuck Krasser Hacker Nee, der hat diese Poltergeistwaffe genutzt Was, mich hat er mit einem Rifle erschossen, kannst du mal Oh, eine One Shot, alter Ja, One Shot Im Laufen Ja, eins gegen eins Helo, komm Komm, bleib stehen Helo, bleib doch mal stehen, was ist denn dein Problem? Helo, bleib stehen Wo ist denn hin, Helo? Ja Traitor, komm Traitor 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 Genau Wow, wow, wow Ich wurde gerade beschossen Martin ist es, oben auf dem Turm Martin ist es Pain Auf dem Turm, auf dem Turm, auf dem Turm Der ist nicht normal, alter Miese Futter, alter War er ja wusste, war er eigentlich alleine mit ihm? Du warst das echt mit Martin? Nein Nee Nee Alter, ich sag auch noch, Ilo erschießt mich Ich war ein Detective-Mann Und der Traitor Ich weiß bloß, auf einmal hat Moon Eugen angefangen auf mich zu schießen und hab ich zurückgeschossen Mein zweiter Tresser, meine 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 War ihn jetzt auf dem Turm Jupp Der Nightmare ist da unten Der Nightmare ist da unten Hallo Wo bist du? Ich bin in Sicherheit Chris Chris ist weg, du bist runter Mhm Moon ist Traitor Irgendeiner schwimmt hier bei mir im Wasser Moon ist Traitor Nein Irgendeiner schwimmt hier bei mir im Wasser Wenn ihr Bock habt auf Mises Karma Ich war grad im Wasser Irgendeiner ist hier bei mir im Wasser Wer ist das? Du bist Traitor Du bist Traitor Du bist Traitor Warum? Warum? Moon ist Traitor Moon ist Traitor Moon Moon ist Traitor Nein Oder Hello Ich glaube du bist Traitor Ich glaube du bist Traitor Also entweder Also entweder Oh ne Moon Auf mich schießt du denn denn mit? Auf mich schießt du denn mit? Nein Weil du dein einzig bist noch lebt Weil du dein einzig bist noch lebt Toll E E Nein Liches Liches Lebt auch noch Liches Achso Keine Ich hab mich einmal geschossen Du hast zu fackt, warte Ok Liches Ok du Loll Alter Sag ich doch Moon ist Traitor Ich hätte meiner ersten Intuition folgen So was Hahaha Das Spiel hat sich an seinen Karma angepasst Alter Ich hab den perfekten Spieler für Traitor entdeckt Loll ich bin unten in Lava gespawnt Weil du es verdient hast Weil ich es nicht verdient habe ich Du hast es verdient Wie immer Mhm 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 Unschuldig Wie immer Mama ne Ja dann sicher Du musst gerade Mama sagen Ja Ich bin das Unschuld vom Lander Hallo Moon Hau ab mal den Alter Hau ab Ja ja ich geh schon Hau ab Ja ich geh doch schon Ja ja dann ist ja gut Schüsse 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 Leute Night Stalker Night Stalker Night Stalker war's Night Stalker war's Night Stalker war's Ich bin einfach erschossen What the fuck Hat ein Handy kassiert von mir Was das du auf die Hat er auf dich geschossen? Er hat geschossen Er hat geschossen auf jeden Fall Okay Night Stalker bei mir Night Stalker bei mir Ich bin immer weg Jo Moin Bis morgen Bis später Hau da Wieso kommt das falsch Rüber What the fuck Das kam falsch heute eben Inno Lol Ich trau dir nicht Ich trau dir nicht Alter Ja du traust mir nie Alter Hallo Nee nee Zurecht Zurecht Ja gut Das mag ja jetzt angehen Also Alter Der geht mich hier Ey Lo Alter Wo ist denn der Night Stalker? Der war da eben gerade auch noch Oder nicht? Ne Der Elo ist oben auf dem Turm User disconnected from your channel Tschüss Lumpi Achtung nix ne Ne Ey lass mich da jetzt nicht alleine ein Night Stalker bei mir Night Stalker bei mir Achtung Ist der ganz oben mit drauf oder was? Ja neben mir Kann man die Dinger aufmachen? Ich drehe mal den Rücken zu Einige ja Alter total Okay jetzt verpässe ich mich halt an Das wird zu heiß Night Stalker ist runter gegangen Night Stalker ist tot Ist er tot? Night Stalker ist tot What the fuck? Du bist jetzt aufgestorben? Alter was schießt du auf mich? Assi Du Assi Ja du warst Traitor Wie kommst du da drauf? Warum schießt du einfach auf mich? Achso ich dachte illo wäre tot Vorm Runterspringen Nein Ich bin abgauig Ich hab schon Ich spür ins Wasser Loll Alter Ich hab doch gesagt wo ist es Ich tu dir nicht Hinten und vorne nicht alter Du kannst doch nicht einfach so schießen Ich hab nichts gemacht Ich hab gar nichts gemacht Nein ich muss dazu sagen ich dachte illo wäre wirklich tot Looooooold Loooooold Traitor's is mine Traitor's is mine Bitte noch. Seid mir alle, Alter. Twitter-Tester ist meins. Wenn du schon so fragst, Madin, kannst du gleich erfahren, falls du herkommst. Trau dir nicht. Pass auf, wenn ich die Goldbahn mitbringe und mich dann als erstes in die Kammer stelle, traust du mir dann? Nein. Ey, jetzt ist mal keiner auf den Tower, das ist ja unglaublich. Okay, jetzt wirklich ein Goldbahn, scheiße. Das ist jetzt eine gröselige Situation. Ja, warte. Schüsse, 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 Schüsse hier unter mir, unter mir. Ich lege den Goldbahn jetzt da rein und stelle mich in die Kammer. Irgendeiner hat geschossen, hier unter mir. Moon, komm her. Nein, hier hat einer geschossen, unter mir. Also wir können das gerne machen, ich habe den Goldbahn da reingelegt. Hier hat einer geschossen. Dann lässt du da einen schießen. Hallo, lebst du noch? Ja. Hast du die Night Stalker getötet? Nee, aber hier ist ja gerade irgendwas vorbeigehustet. Night Stalker, lebst du noch? Lebst du noch? Nee, der ist weg, wir sind nur zu dritt. Wir sind nur noch zu dritt. Alter Schwede, das ist doch hier... Ja. Pass auf, ich gehe da jetzt rein und du testest. Okay. Geh rein. Ich glaube dir einfach eigentlich so, weil du nicht auf den Kopf gedrückt hast. Ich hätte ja jetzt auch mal eine ganz psychische Sache hier abziehen können. Wo bist du denn? Hallo, komm raus. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Wo denn? Fuck, Alter. Alter, da habe ich dir mal mitgegeben. Aber egal, ich habe ihm Medi gegeben. Für mich. pool.